Ich bin total gerne Schneckenhüsler, weil unsere Gruppe einfach der Hammer ist. Wir haben mega viel Spaß, wir machen geile Musik und es ist einfach ein genialer Verein. Wir sind stolz bei der Schnecken zu Sie, weil wir sind ganz, ganz eine große Familie und wenn man ein Problem hat, dann sind alle für uns da. Danke! Hi, ich bin die Marika, ich bin Sie Thür bei der Schneckenhüsler, mir gefällt es sehr gut. Leider können wir nicht so viel spielen wegen dem blöden Corona. Ich bin Michel, das ist Sandro, wir sind auch neu dabei. Ich bin auch neu bei der Schneckenhüsler, bin dazu gekommen, weil ich relativ viele davon kenne und weil es einfach ein super Verein ist und alles richtig tolle, gute Mitglieder sind. Wir sind auch wieder gerne Schneckenhüsler, weil wir das Video schon gesehen haben, man ist einfach so eine große Familie, weil wir sind so schon Familie, aber es ist einfach cool, wir fahren ja auch oft weg und das macht einfach immer Spaß. Wir sind gefühlt schon immer bei der Schnecke und wir passen alle immer aufeinander auf und schauen, dass es allen gut geht und sind füreinander da und darum sind wir wirklich gern dabei. Ich bin bei der Schneckenhüsler, weil sie einfach geile Leute sind, in einem Verein, wir spielen super Leider, machen cool Ausflüge. Wir sind gern bei der Schnecke und sind auch schon länger dabei. Wie alle schon gesagt haben, weil wir einfach eine große Familie sind, weil man es immer lustig kann. Wie das Video jetzt auch beweist, dass wir einen brutalen Zusammenhalt haben und da sieht man einfach, dass es der richtige Verein ist und wir sind die Besten im Besten. Berndraut und ich, wir sind schon 20 Jahre bei der Schnecke dabei. Wir haben Mordsgaudecker, dass wir unsere Kinder zum Verein dazugebracht haben. Was mir brutal taugt, das ist, dass man Musik machen kann, obwohl man das Instrument nicht so gelernt hat und wir trotzdem einen super Sound herabringen. Und was natürlich ganz super ist, wir sind mit der Ausflüge und mit den Ausrückungen schon überall umeinander gesehen, eine halbe Weltgeschichte umeinander. wo wir sonst eigentlich hier angekommen werden. Und darum macht es einfach immer wieder Spass. Und darum werden wir immer wieder die nächsten drei Jahre verlängern, obwohl wir eigentlich schon lange hören wollen. Aber wir können einfach nicht hören. Tschüss. Wir sind total gern bei der Schneckenhäusler, weil trotzdem, dass so viele verschiedene Leute aufeinander kommen, weil der Zusammenhalt riesig ist. Dass man wirklich eine zweite Familie ist, egal welche Probleme oder welche Sorgen, dass man hat, dass einfach alle füreinander immer da sind. Und ja, einfach, die haben wir da. Es macht einfach Riesenspaß, egal wo man anfahrt, was man tut. Ich bin total gern bei der Schneckenhäusler. Zum einen, weil wir echt eine geniale Truppe sind, jeder einzelne. Man hebt zusammen, wir haben immer eine Gaudi. Zum anderen natürlich auch, weil bei uns die ganze Familie dabei ist. So verbringen wir viel Zeit miteinander, obwohl es verschiedene Generationen sind. Und von der Kind bis Oma und Opa. Das ist einfach super. Und ja, ich habe vorletztes Jahr gemerkt, wo ich leider Gottes nicht mitgekommen konnte, wie wichtig der Verein ist und jeder einzelne von euch. Und ja, ich bin einfach froh, einen Schneckenhäusler zu sehen. Ich bin bei der Schneckenhäusler, weil wir einfach ein geiler Verein sind, weil wir immer Spaß miteinander hat, geile Leute und weil wir einfach geile Musik machen. Einfach, Familie ist. Die Leute gefallen mir relativ gut, wenn wir spielen. Und ja, es passt einfach von den Leuten her. Ich bin voll gern bei der Schneckenhäusler, weil es einfach eine coole Truppe ist. Wir sind eine riesengroße Familie und jeder Umzug ist einfach für Abenteuer. Ich bin mit nicht ganz 16 durch einen Zufall in der Gruppe gekommen. Es war einfach der schönsten Zufall in meinem Leben. Und seitdem klopft das kleine Männchen in meinem Herz für die Schneckenhäusler. Und ich hoffe, dass ich noch lange dabei sein kann. Und wir sind einfach eine coole Gruppe. Egal ob Musik oder Verein oder Familie. Es ist einfach toll da. Ich bin stolz, sie zehn Jahre einen Schneckenhäusler zu sehen, weil wir einfach eine coole Gruppe sind, einen tollen Zusammenhalt haben. Und ich würde jetzt mal sagen, es wird mit uns nie langweilig. Wir sind zu Schneckenhäusler gegangen, weil wir in jedem Fatschingsumzug gesehen haben und immer die Hüfte gehörig geschwungen haben oder gespielt haben. Weil ich gehörte, dass sie gerne trinken wollen. Das tue ich auch gerne. Ich bin auch dabei, weil vorne auch dabei ist, mich zu finden. Stefan, ich bin auch gerne bei den Schneckenhäusler dabei, weil es einfach super tolle Leute sind. Und weil da der Stefan auch so super herzlich aufgenommen hat, obwohl er das Downsyndrom hat. Und dass er auch ein Instrument spielen kann. Und das finde ich echt toll. Ich bin gerne bei den Schneckenhäusler, weil ich damit aufgewachsen bin. Weil man immer eine Gauden hat, egal ob beim Spielen oder beim Festen. Und wir sind einfach eine große Familie. Und weil man mir auch vertraut hat, um die musikalische Leitung zu übernehmen. Und du machst es auch sehr gut, Fabio. Merci. Ich bin seit knapp drei Jahren Mitglied bei der Schneckenhäusler. Und ich bin eigentlich dazu gekommen, weil der Onkel Jürgen war damals der musikalische Leiter und der Hauptmann. Und der hat gesagt, ich kann gerne mal mitkommen. Und dann habe ich gesehen, es wäre eigentlich schon cool, damals zu mitspielen. Und dann habe ich gesehen, kein Problem. Ich nehme ein Instrument, spiele mal mit bei der Probe. Und ja, das hat mir einfach gezeigt, was für ein herzlicher Verein das überhaupt ist. Man macht wirklich keinen Unterschied, ob jetzt jung oder alt. Das ist einer der wenigen Vereine, der das wirklich hat. Und das Schöne daran ist, egal wo wir sind, was wir machen, wir ziehen natürlich immer mit. Schneck, Schneck, guck, guck. Ich bin gerne bei der Schneckenhäusler dabei, weil, wie wir alle schon gesehen haben, man eine große Familie ist. Und was mir so cool dinkt, ist, dass man einfach immer neue Leute kennenlernt. Man geht überall an und man darf auch gauden. Und das ist einfach das Coole. Ich bin das erste Jahr dabei und ich freue mich voll, dass ihr dabei seid bei euch. Ihr seid echt voll coole Leute. Ich finde es mega bei euch zu sehen. Auch die Raphaela, die bringt mir das Instrument so vorbei. Und ich freue mich jedes Mal, wenn wir eine Probe kommen. Und ich freue mich auf den Fasten, wenn wir mal echt durchstarten können. Als ich klein bin und ich bin immer auch dabei, weil ich glaube keiner macht so gute Musik für mich. Und keiner hat so viel Spaß auf der Bühne wie mir. Richtig. Ja, als Ältester darf ich das Schlusswort drehen. Das ist natürlich ganz toll. Was wir jetzt einfach gehört haben, zusammengefasst ist, dass wir einfach tolle Truppen sind. Dass es allen Spaß macht. Dass wir alle wieder planen, bis wir wieder einmal wirklich einen Auftritt haben. Dass wir wieder voll Gas gehen können. Bis dort auch nicht. Und wir wenigstens ein bisschen über. Und uns vorbereiten. Dass wenn es den Startschuss gibt, damit wir voll loslegen können und voll Gas gehen können. Und danach sind wir wieder live dabei. Und dann auch für unsere Fans und für alle, die uns gerne zuhören. Und auch für uns selber, wo wir gerne Musik machen miteinander. Okay. Danke. Tschüss.